So, wir sind auch zurück vom nächsten Termin und zwar waren wir bei dem Hardware-Hersteller Turtle Beach. Ist das überhaupt der Hersteller? Ich glaube. Du glaubst? Wir hoffen. Auf jeden Fall gab es dort einige ziemlich coole Stealth-Headsets anzuschauen. Streaming-Mix und eine kleine, wie soll man es nennen, Station, worüber man Sound und weitere Sachen steuern kann. Man kann ohne Probleme muten, man kann sich darunter ein Netzwerk erstellen. Also das sah schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, du hast noch ein paar mehr Details von den ganzen Sachen, so wie ich das hier sehe, aber ich es nicht lesen kann. Deswegen übergebe ich mal ganz kurz an dich, damit du mal die schönen Rand-Informationen preisgeben kannst. Aber gern. Genau, angefangen haben wir mit diesem Streaming-Mic so ein richtig solides, dickes Ding, was man sich auf den Tisch stellen kann, aber auch in der Halterung bauen kann. Das kennt man vielleicht aus so Late-Night-Talkshows, die haben das manchmal so auf dem Tisch stehen. Das sieht so aus wie aus den 50ern, 60ern, so ein bisschen im Stil. Aber das jetzt war schon recht, sah eher modern aus. Das ist wirklich so ein Tisch-Mikro, was zwei Funktionen hat. Man kann umschalten zwischen Uni und bidirektionaler Aufnahme. Das heißt, entweder nimmt man nur eine Seite auf oder zwei Seiten. Das heißt, zum Beispiel, wenn man einen Podcast aufnimmt, ein Interview oder so, stellt man es auf den Tisch, stellt auf bidirektional und kann beide Leute, die sich gegenüber sitzen, aufnehmen. Das ist jetzt nicht dafür gedacht für so Umgebungen wie hier, wo es ein bisschen lauter ist, weil es halt doch sehr breit gerichtet ist. Aber es ist halt USB-Plug & Play, man muss nichts installieren. Und das Besondere ist, wie auch die ganzen Hardware-Gedönse, die wir jetzt noch hier bei Teutovic gesehen haben, das ist alles sowohl für PC als auch für die Konsolen, für Xbox und PS4. Also, Preispunkt ist bei ungefähr 200 Euro. Schnepperkiss. Schnepperkiss. Also, man kann nichts über die Qualität des Mikros sagen, konnten wir leider nur von außen begutachten. Das erste Headset, was wir hatten, ist das Stealth 350 VR. Wie der Name schon sagt oder andeutet, es ist für VR-Headsets gedacht. Und zwar, dass man, wenn man so ein Oculus aufhat, das noch da drunter, beziehungsweise da drüber klemmen kann. Es ist halt ein bisschen anders geworden als ein Standard-Headset, es ist halt ein bisschen breiter, es hat eine Aussparung für die Riemen, mit denen man diese Oculus oder so die anderen Vertreter festschneiden kann. Es sah ganz gut aus. Ach ja, es hat noch eine Active Noise Cancellation, deswegen hat es einen Akku, der 30 Stunden wohl durchhalten soll. Und kommt am 9.10. raus für schon wesentlich günstiger, 80 Euro. Schon nicht mehr so günstig sind die Gaming-Headsets für Xbox und PS4. Und zwar, das PS4-Headset liegt bei 124 Euro mit 7.1 Sound immerhin. Das Lustige ist, man kann auch hier ein Spiel- und Chat-Lautstärke getrennt machen. Wie ging das denn bei den Headsets? Weißt du das noch? Regler oben an direkt dran. Ja? Ja. Okay. Das Tolle ist, man kann. Ich weiß nicht, wir konnten uns das nicht erklären, wie wir das technisch lösen, dass man den Chat, also den Voice-Chat und das Spielgeschehen getrennt voneinander in der Lautstärke regelt. Das gibt es einmal für die Playstation und noch etwas teurer für die Xbox. Die Xbox-Variante hat leider auch keinen 7.1 Sound, ist aber trotzdem teurer. Patentlicherweise, oder? Verständlicherweise. Findet Turtle Breach auch kacke, aber das liegt wohl an den Lizenzgebühren, die Microsoft verlangt. Das Ganze funktioniert kabellos, aber nicht per Bluetooth, sondern mit so einer kleinen Dongle, die man in seine Konsole stecken muss. Also proprietär, ich denke mal 2,4 GHz. Nehmen wir mal an, dass das einigermaßen störungsfrei funktionieren sollte. Dann das Hochpreis-Headset Elite Pro haben wir uns angeguckt. Das ist sehr, sehr, sehr besonders. Zum einen, weil es einen supergeilen Kniff für Brillenträger hat. Und zwar kann man mit einem kleinen Handzug, mit einem kleinen Nupsi, mit einem Zug an einem Nupsi. Endlich können wir wieder gut schlafen. Genau. Kann man das Polster des Fettsits anpassen, sodass für Brillenträger der Bügel der Brille in das Kissen reingleitet und so nicht auf den Kopf drückt und man irgendwie nach einer Stunde schon dicke Kopfschmerzen hat. Das waren jetzt eigentlich schon die ganzen Eigenschaften von diesem Headset? Der Rest ist eigentlich egal. Nein, es hat auch Active Noise Cancellation im Mikrofon für 30 Euro Aufpreis, wenn man so ein Turnier-Mikrofon da noch dazu kauft. Es hat sehr hohen Tragekomfort, super dicke Polster. Das ist halt wirklich für Leute gemacht, die das wirklich einen halben Tag oder noch länger aufhaben. Ich muss dazu sagen, dass das Mikrofon auch Umgebungsgeräusche rausfiltert. Also das kann man auch einstellen, wie hoch, also wie sensibel das sein soll. Das heißt, wenn man es tatsächlich haben will, man ist in einer Messehalle oder ähnliches und ist gerade am Streamen, dann kann man es komplett einstellen, dass man nur die Stimme hört, also das eigene Team, nicht die Hintergrundgejubel oder Gesänge oder sonst was wahrnehmen würde. Genau, darauf ist halt ausgelegt für Leute, die es den ganzen Tag aufhaben oder bei Turnieren zum Beispiel und dann halt auch solche Komfortfunktionen haben, damit man sich von der Umgebung weiter abschneiden kann. Cool finde ich auch, dass man mit dem Headset aufs Klo gehen kann. Also man stöpft sich einfach ab und geht auf Toilette. Genau, es hat hier noch so ein kleines Stück Kabel, aber da nicht so eine Verbindung, die man dann abziehen kann. Da kann man einfach aufstehen und kochen gehen oder aufs Klo oder was weiß ich. Und dann setzt man sich wieder hin, stöpft sich wieder ein und es ist schon sehr praktisch, dass man das Ding halt nicht dauernd abnehmen muss. Ja, genau, das letzte Produkt, das ist auch schon angesprochen, so eine kleine Controllerbox, das Tech genannt wird, steht für Tactical Audio Controller. Ich habe zuerst gedacht, das ist so ein Audio-Interface für Aufnahmen, für so Podcaster und so, aber nein, es ist wirklich so eine Zigarrenschachtelgroße Box, die ein paar Regler hat, mit der man echt Lautstärke und wieder dieses Chat und Spielgeschehen getrennt und wie man die Noise-Cancellation irgendwie noch einstellt. Und wenn man das halt alles wirklich an einem Ort haben will und nicht irgendwie noch am Headset rumfummeln und an der Tastatur mit der Lautstärkregelung und vielleicht noch weiß ich wo, dass man das alles auf einem Fleck hat für PC und Konsolen. Und das Besondere ist, wenn man richtig hohe Ansprüche hat an die Latenz, gibt es Ethernet-Schnittstellen hintendran an dieser Box, aber nicht um den PC und die Konsole dran zu schließen, sondern um mehrere von diesen Boxen miteinander zu verbinden, dass man eine verlustfreie oder eine verzögerungsfreie Verbindung hat und so diesen Chat dann direkt mit so Fullspeed hat, damit keiner hinterherhängt und die Kommandos irgendwie verpasst oder so. Das ist eine schöne Spielerei, brauchen wir persönlich jetzt gar nicht. Es ist kein Produkt für so autonomale User wie uns, sondern wirklich für Hardcore-Profis, die das irgendwie gebrauchen werden. Ja, das war's auch schön. Ja, in dem Sinne, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Wir sind gleich zu Last bei 2K Games und schauen uns Mafia an. Wir sind auf jeden Fall gespannt darauf und melden uns gleich zurück. Ciao!